UNTERTITELUNG Zeitgleich zum Zugriff in der Transitzone hat's dort einen verdammten Blecki erwischt. Was ist denn hier? Das ist nix. Ihr seid Polizisten, verdammt noch mal! Ich versteh deine Kanadensprache! Du hast mit dem Fettsack schon geredet, ja? Was hast du denn gesagt? Mal mit dir unterwegs. Hey! Du hast immer lieben, hier zu sein! Ich hab dir die Familie verdammt noch mal, du arroganter Pedder! Wenn du wüsstest, wer es war, würdest du ihn abknallen? Das bin ich meinem Bruder schuldig. Ich bin, wenn du mich vorstest, wer bist, wer ist die Familie verdammt noch mal! Ich bin, wenn du dich bist! Ich bin, wenn du dich bist! Ich bin, wenn du dich bist! Vielen Dank.